WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Kann er da halt, mir fällt da nix ein, du. Ich brauche mir jetzt noch vom Bischof die Eier holen. Ah, geh weg du Scheißbär. Läuft das nicht lang? Keine Ahnung, was ist das? Oh Gott, das ist schon was richtiges. Meine Feuerkugel hilft ja immer. Da ich mir sowieso ein bisschen Level hoch, also ein paar Level machen will, wegen, hier wie heißt es, mit der Feuerkugel. Um die fertig abzubringen. Ah, guckst du, Stan ist der Beste halt. Und da ist schon mein Level. Ähm, nein, das ist das falsche. Denn deine Feuerkugel ignoriert und fährt aber nicht alle Rüstung deiner Feinde. Deswegen. Also Rüstung ist gut, weißt du. So schießt du mich. So. Äh. So. 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 Ja komm, mach mir mal! Frostschaden! Gott, was ist hier verwirklich? Ja, merke ich schon! Hey, da war ne Scherbe! Ich hatte da die Augen gesammelt, der Paar! Nee, also zurück, so, zack! Was ist das? Who the fuck hits a bishop? Ja, ich hab's doch gesehen! Das geht ganz einfach! Hat er Rüstung? Oh, die hat den Ringgerüstung! Können wir mal unsere neue Feuerkugel ausprobieren? Was sagst du, schlack Gesicht? Jawoll! Das brennt aber noch! Und dann nimm ich mal Stance-Wick-Schwerns! Ich liebe das! Ich liebe das! Er weiß nicht, was er macht! Kannst du nicht mal! Ist das schon ne Hartnennus? Kann man nü- What?! Gott! Geh mit deiner verfickten Rüstung weg jetzt! So! Ich weiß, wie hat er jedes Mal geklappen, aber ich kann ja nichts erinnern! Aber ja, Todesmarkierung! Und dann noch zuschlagen! Ich weiß nicht, was er macht! Ich weiß nicht, was er macht! Oh, doch! Viermal Blut, mein Freund! Krieg das mal runter! Ja! Erinnere dir die goldenen Rülle! Ich bin richtig! Junge! Oh Junge, ich hab auch die... Ja grad, ich habe eine falsche Waffe ausgerüstet! Okay, okay, whoa, 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 please, you don't have to kill me, I'll go away, and the prince will never know I'm alive, please, take these dire pig testicles, and tell the prince they're mine. Come. Ja, ähm, ja, toll, ich will die bestimmt nicht haben. So, ich wollte das eigentlich noch ausgerissen haben. Dann gehen wir mal zu Prinzen, mit den Düsen, keine Ahnung, was birgen, keine Ahnung. Eiern. Mit den Eiern. Eier, wir brauchen Eier. So, friss bitte Feuerball. Und da kommt sie. Und da waren wir hier. Rollstuhl in der Kongo. Ja, wir sind badasses. Junge. So, da. Äh, Gott. So, gehen wir mal hoch wieder. Oh, Kanada. Oh, das sind wirklich schwierige Zeiten. Ist er tot, hast du ihn getötet? Ja, der Bischöp. Jetzt die Religion nicht interfert mit der Regierung. Wie können wir dich wiederholfen? Du sagst, dass du den Ministerst von Montreue, mein Herr. Entschuldigung, kein kann. Mit den Bischöp und den Ministerstern, mein Throne ist sicher. Ja, genau. Ja, genau. Was? Richtig, du musst mit dem Duke von Vancouver sprechen. Er kann dir helfen, in den Katakomben in Quebec. Gib dem Duke das. Hörst du jetzt! Oh, oh. Dieses, jedes Mal am fucking Fuß fliegen, ey. Jetzt habe ich noch den Prinzen. Oh Gott, wie viele Leute bereue ich noch als Freunde. Es wird immer krasser hier. Allgemein, ich muss schon wieder weiter. auch leute schickt mich auf noch mehr reisen stehe ich ja sowas drauf bluten und eingefroren das sind wir haben ein bisschen werdet so viel weg hier friss ihn so schnell kann es gehen Wenn Kuh war das ja auch noch unten, oh, ich schau mir ein, war nur ne fucking Schlange noch, drei sogar, na komm, rein, da, da kommt sie, voll getroffen. So ist besser, ja, ich auch, aber ich glaub wir sollten den einfach mal, weil das kann, wir haben ja noch, hier, Stan und Cartman, äh, Kyle und, Stan hat sich ja gerade, nehm ich mal keinem, äh, die, 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 Vancouver, wua, äh, 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 Leute kommen von Farnwood, um unsere 2010 Wettbewerb zu kaufen, willkommen in die Shop, kann ich euch in meine Waz interessieren? Willkommen in Vancouver, San Diego von Kanada! Ja, ja, ich weiß, aber Ottawa ist auf der anderen Seite von Kanada, wie sollen wir da kommen? Genau, das ist alles. Mein Vater, ey Sie! Oh, wow, nein, ich wusste nicht, ja, komm, ich lieb dem Mann, ähm, ach, da habe ich Ähm, nein, ich habe diesen Schiff gesehen, ist gut? Ach, der... Oh! Oh! Alles gut! Hm... Gucken, woher heißt das Ding... Nö! Ist es nicht! Alles klar, gehen wir jetzt endlich mal zum Bischof hier. Ja, zum Bischof, ja. Hallo von der Prinzessin! Was denn? Warum, insofern hat der Prinzess etwas zu tun mit dem Bischofs murder und hat den Minister nicht verletzt. Junge Mann, wenn du die Katakomben in Québec möchtest, musst du mit den Monken sprechen, die in den Südüsten der Stadt leben. Nur, dass sie dich in solchen Sorgen trainieren können. Ach, das sind die auch noch! Ach ja? Ach, das auch noch! Oh Gott, ich hab's immer noch nicht hingekriegt! Moment mal eben! Oh, du meint das! So, jetzt geht's weiter! Äh... Äh... Der Quietscher! Wollten sie haben! Äh... Äh... Ich lese das... Ich bin das nicht so... Ne? Äh... 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 Was hier näher du kommst, desto schneller wackelt das Objekt, wenn du die richtigen Dasselers, in der SS-Modell! Ja, ja! Hey, hey, hey! Hey! Selers, mober! Allo? A soo-coo-o! Ich glaube, ich bin gerade zu blöd dazu. Nee. Ja, ich glaube, ich bin wirklich zu blöd gerade zu dazu. Moment mal ein. Den Typen holen wir noch da raus. Äh, drehe. Okay. Warten Sie schnell im Kreis rein. Nee, ich glaube nicht. Ach, Leute. Ich beende die Folge. Ich muss da eben gucken, wie das gleich funktioniert. Äh, wir sehen uns bei der nächsten Folge. Was heißt das? Das ist aus praktischem Kurschuh. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ja, wir sehen uns bei der nächsten Mal, Leute.